Was ist denn das? Ich bring Freestyles und du denkst, das ist nicht der erste, der zweite, das ist der dritte Part. Ejo, ich geb's nicht ab. Ich bin halt einfach süchtig und Homies sagen, der Sieg ist am Main wirklich tüchtig. Vielleicht auch noch flüchtig, aber ich bin glücklich und kann mich immer noch nennen, sei es der Glückspilz, hejo, der Hans im Glück. Er sagt, der Mann ist schon hart bestückt, aber kannst mir glauben, das ist nur Bullshit. Aber kannst mir glauben, hejo, Alter, vielleicht ist es nicht kultig, macht nix, hejo, das ist alles Absicht. Wenn ich vorbeikomme und auch wo ich beit, den Takt brich, hejo, eine Menge schon Schach ist, aber ich ziehe weiter mit Bauern. Kannst das sicher sein, wir brauchen zum Rappen keine Donnspuren, hejo, man luren, überall, wo es etwas zu rappen gibt und sind wir am Set, dann gibt es halt echt den Shit. Also, hör zu, vielleicht findest du das lächerlich, mich bringt nix aus der Ruhe, hejo, das ist echt der Mist. Hejo, wir kommen vorbei, das ist Open-Minded, sein Name ist Besen und ich bin der Silas. Hejo, wie gesagt, Beats von Beatsquad, also wie gesagt, wir haben den Scheiss da auch eingepackt, kommen von Sissach direkt auf Basel, auf das tolle Sofa und das ist meissge Fasel. Also, check das ab, da für dich jetzt und gerade, wir bringen fette Stuff, für dich jetzt extra large. Du denkst, hejo, das ist nur klar zu tratsch, hejo, alter, ich hab's dir klar gemacht, zieh die Masken ab, es ist nicht Fasnacht, hejo, wir brauchen keine Facetten, wir wollen nur ein bisschen rappen und ich hoffe, die Hintersten und Letzten können es checken. Peace.